so jetzt machen die zwei mal den ersten ausgleich gewichtstest schlappen die hier auf dem weg zum out extreme jetzt soll er sich ins seil hängen dann müssen wir noch eine eisenkugel suchen für den dorsten als gegengewicht ich habe irgendwie das gefühl der dorsten am sondagabag lösen wie er ist